hallo und willkommen auf meinem kanal und zu einem neuen video ja wir sind heute am 34 unterwegs mit flying colar rick und ja hier gehen ganz ganz gut die doggerschaben drauf ab schelfig natürlich auch stein butz auch schollen auch aber vor allem die doggerschaben die ja nicht so oft beißen gehen ganz gut auf dem boom ab oben links sehen schon mal der grün gelbe und ja ich habe 268 fisch im cash aber schon gestern abend schon mal gegangen ich habe es einfach drinnen gelassen wir gucken jetzt mal im cash aber rein aber läuft ganz gut beim miesen wetter gefühlt noch besser niedrige temperatur regen bewölkung ist echt gut da haben wir noch mal eine 3,1 scholle ja auch knapp knapp vorbei öfters eine gute scholle gehabt die knapp vorbei an trophäe wollte schon sagen ist aber auch so ihr seht gestern hatte ich angefangen da war viel schälfisch aber auch fünf kilo stein boot hier 3,2 kilo scholle wieder ein viereinhalber stein boot und taschenkrebs noch 4,8 stein boot 3 kilo scholle wieder und so ab hier ja jetzt 48 minuten ihr seht schon 1 2 3 4 5 doggerschaben 6 7 8 doggerschaben und auch gute schollen wir können mal eben hier so gucken ja also in der stunde 8 doggerschaben ist schon gut 2 von 2 kilo ist schon völlig in ordnung wie gesagt mieses wetter ist auf jeden fall ziemlich geil und wir gucken mal erwarte die frequenz ist eigentlich ziemlich gut ich will jetzt keinen hier ausschlitze erzwingen man sehen da kriegt man nämlich schon wieder den nächsten bis ja nachts weniger bisse aber dafür gute fische auch früher morgen und ja bewölkt und regen geht es noch besser auf jeden fall da haben wir noch mal ein schellfisch da gucken wir mal einfach ein wie gesagt flying kolawik also hier habe ich jetzt ein 181er drauf das spielt aber keine rolle hier nutze ich persönlich mittlerweile nur noch das 55er fluorocarbon warum weil es einfach damit läuft also wenn er hier ein 181er mund schnur drauf tut da fängst du so gut wie gar nichts mehr also da scheinen die schon recht empfindlich zu sein also hiermit fahr ich super mit der 50er länge 45 geht wahrscheinlich auch und dann nicht so groß der haken 4 0 nutze ich und dann halt den flying worm hier ja den 140 0 4 der geht gerade ziemlich gut ab auf jeden fall kann man schmeckern frequenz ist gut ja man braucht es ja auch irgendwie für diese dämliche herausforderung hier haben mehr hier fange eine trophäe mit einem flying kolawik und da sind die neuen ja mit reingekommen die klische und die doggerscheibe darum mache ich das jetzt nicht zwingend da bin ich jetzt nicht drauf aus aber die chancen stehen natürlich gut wenn so die doggerscheibe und die schollen guten größen beißen dass man mal eine trophäe kriegen könnte ist auch wieder ein gutes gewicht aber wird wieder nicht reichen da ich die doggerscheibe und klischee noch gar nicht habe bin ich mich hier dran am versuchen die ganze zeit aber auch einfach auf dem schwarzen maggot wurde eine sogar eine super trophäe klische gefangen naja die sind leider auch mal mit dabei ich hoffe jetzt nicht die ganze nacht ich glaube am anfang hatte ich hier gestern ja auch mal einen dann war dann aber auch schon lustigerweise ok ja nicht schlecht ja wir gucken mal halbes ticket habe ich noch dann sehen wir uns am fischmarkt gucken mal was dann so rumgekommen ist so willkommen zurück wir sind jetzt am fischmarkt und wir waren unterwegs eine stunde 15 minuten haben 45 fischer also ab hier sieht ganz gut aus steinbrot sind auch noch gekommen am morgen schollen schäfisch 13 kilo köhler und wie gesagt drei steinbrot gucken mal eben von wir müssen in den fischmarkt natürlich rein einmal so eine stunde 15 minuten 768 silber wir gucken mal eben die doggerscheiben hier ja ja guck mal die großen ja ab 2 kilo geht es richtig rund 50 silber und mehr kann man nichts sagen auf jeden fall gestern hatte ich auch eine stunde 1400 silber kann sich auf jeden fall sehen lassen die geschichte ich gucke jetzt nochmal im café rein sind auch zwei trophäen rausgekommen also nicht an der stelle aber im chat zu lesen also die chancen stehen gut die doggerscheibe als trophy zu bekommen ich wünsche euch viel glück dabei wir sehen uns macht's gut petri bis zum nächsten mal